Beep 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 Five Nights at Freddy's Aha Echt so viele, so viele wollen FNAF Ey, what the fuck, okay Ihr habt entscheiden Ihr wollt mich noch leiden sehen, ja Das glaub ich euch Bei Sister Location musst du nur gut, musst du gut zuhören Vergesst nicht zu klippen, Leute. Was erwartet mich denn? Jumpscares oder nicht? Okay, installiert noch. Dauert noch. Steht hier drauf. 30 Sekunden. Lasst dich überraschen. Okay. Hey, warum kennt ihr das alle? Bin ich der Einzige, der es jetzt nicht kennt? Viele Jumpscares. Oh nein, 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 nein. Horrorexperten. Scheiße, Alter. Das, was ich niemals wollte, ist eine Horror-Community aufbauen. Ist ja Selbstmord. Scheiße. Shattered lights doesn't support control. Es geht direkt los. What the fuck? Och nö, es geht direkt los. Kein Intro, nix. Was bin ich? Was ist das? Ich habe den gruseligsten Teil ausgesucht. Nein! Ist das ein Bug? Ist das so? Das ist das Falsche. Hey, wollt ihr mich verarschen? Ich kann nicht mal Escape drücken. Nix. Was war das denn? Bin ich dumm? Hey, what the hell? Jetzt lädt es erst runter. Was habe ich denn gerade gespielt? Was war das für ein Spiel? Das war ein Fake? Das war mega weird. Five Nights at Freddy's Sister Location. Ich habe immer so einen Grusel vor so Puppen. Und ich sehe da einfach schon so eine Puppe, die mich so angrinst. So, ist gleich fertig. Nicht Sister Location ist der fünfte Teil. Ja, easy, oder? Die meisten haben jetzt gesagt den fünften. Okay, es geht los. Hä? Was ist mit meiner Maus? Hä? Leute, guck mal meine Maus. Seht ihr das? Ey, Leute, ich bin ein bisschen lost gerade. Aber ich glaube, ich habe es jetzt. Okay, jetzt hier. Gönn dir nach dem Spiel erstmal Balldreher an. Sollte ich. Wir schauen jetzt mal rein jetzt. Was das für ein Spiel ist. Daddy, warum würde ich mich mit ihr spielen? Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our hat and screws, bolts and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Hey, diese Steuerung ist also mega-weird. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Let's get to work. Okay, ich muss mich benutzt werden. Oh, oh. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. That's schon echt sehr psycho aufgespielt. Auch meine beschränkte Sicht hier. Let's check the light again. Excellent. Creepy as shit. Galora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Hey, was geht ab? Let's try another controlled shock. Bits kam nicht an. Ne, anscheinend nicht. Danke dir für die 2 Euro. Trotzdem. Okay, okay, okay. Ich konzentriere mich jetzt einmal aufs Spiel. Da ist es. Da tanz es. Oh, ist ekelhaft. Alles insofern wie am Smilen hier. Okay, okay. Creepy. Oh, krass, weil wir den Hype trainen. Auf der anderen Seite des Glas ist Circus Baby's Auditorium. Let's check the light and see what baby is up to. Okay, schauen wir doch mal. Ja, ist nix. Ich hab'n Blitz. Looks like a few of the lights are out. But we can fix that later. Let's encourage baby to cheer up with a controlled shock. Baby, okay. Boah, es schreit einfach. Let's try another controlled shock. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you. And we'll see you again tomorrow. Ich hab's gar nicht gesehen. Wo war das denn jetzt? Wo bin ich hier überhaupt? Sisters Location. Okay. Hä? Mega das Psycho-Spiel einfach. What the fuck? Das bei ist besser, dass sie nicht gleich durchdurchtunen ist. Hey, Papa. Hm. Hm. What will they do? All of that and more happening now. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. Oh. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. He sleeps on the ceiling fan. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down. What does it matter? Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Daddy, we let the other children go through her. Why won't you let me go? Aber später kann ich ja wahrscheinlich mehr machen, oder? Ich hab zwei gedrückt. Ich hab zwei gedrückt. Angst, die Teen. Hey, ich check's nicht, was solche denn hier machen. Was hinter mir? Was hinter mir? Ey. Night 2. Ist das ganze Spiel die ganze Zeit nur so? Wo? Ich check's einfach nicht. Okay, let's go. Alle Stimmen. Ihr schreibt, das wird lustig. Ich bin gespannt, ob sie jetzt gerade hier nicht wirklich passen. Ich bin gespannt, ob sie sich in der Lage ist, aber... ...watever. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Das ist creepy. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for Showtime tomorrow. Hey, ich bin ja nur raus, Alter. Warum bin ich hier? Das ist eine Kamera. Jetzt wird durch den Gang. Hey, ich check das Spiel nicht. Make sure she's in proper working order. Das Spiel wird noch heftig. Oh, Circus Baby. We aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Hey, da fällt was runter. Oder steigen wir? Ne. Das sind Funken. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well. Das ist kein gutes Zeichen. Sicherheitsdäure, Vent Locks und Oxygen. Commencing System restart. Also der ist jetzt weg. Oh no. Oh, bitte nicht. Motion Trigger, Entryway Vent. Funtime Auditorium, Maintenance Vent opened. Ballora Gallery, Maintenance Vent opened. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place and it worked for him. I recommend that you hurry though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Rest? Boah, Halt! Hä? Oh nein, ich kann nicht schlafen heute Oh nein, ich hasse sowas Oh Gott, nein Oh Gott, 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 nein Lass zu, lass zu Oh Gott, ich halte es fest, ich halte es fest Oh Ich hab einfach wieder zugemacht Nein, nein Ich halte es fest Ey, nee Lass das Hör auf, ich will nicht spielen Nein, nein Was ist dahinter Leute, was ist dahinter Oder soll ich das Dammit Wenn dein Geist wieder online kommt, wird er dir sagen, dass er nicht erfolgreich war Dass du das System manuell wieder starten musst Er wird dann dir sagen, dass du durch die Ballora-Gallerie so schnell wie du kannst Und dann geht es um die Breaker-Rum Wenn du folgst his instructions Du wirst sterben Ballora will nicht zurück zur Stelle mehr Or, she will catch you The power will be restored shortly When you crawl through Ballora-Gallerie, go slowly She cannot see you And can only listen for your movement When you hear her music become louder She is growing near They are listening for you Wait And be still Thank you for your patience It seems that the power system cannot be restarted automatically You will need to restart the power system manually Please return to the primary control module Please return to the primary control module You will now be required to Crawl through the Ballora-Gallerie Using the vent to your left to reach the Breaker-Rum It is recommended that you stay low to the ground And reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance Die kommen Die kommen Oh Gott Hallo Wer filmt mich hier eigentlich? Wer guckt mir eigentlich gerade zu? Wer seid ihr? Oh mein Gott Bitte nicht Mach nicht diesen Ich sehe da was Bin ich so klein? Es scheint, dass ihr einen langen Zeit dauert. Bitte proceed so schnell und so kalt wie möglich Langsam, okay Ich höre es hier Rechts Da ist was Da ist was Da ist was Woaah Boah, boah, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein ganz anderes Level an Horror. Alter, rip, rip eure Ohren, ich bin gerade ernsthaft gestorben einmal. Ey Samira, danke dir, ich würde gerne noch meinen Geburtstagmorgen erleben, aber ich kriege wohl zwei Stunden vorher einen Herzinfarkt. Ich glaube auch. Ey, ich stand doch bei der Musik, ich habe keine Mucke mehr gehört, also ganz leise nur noch. Boah, nee, Alter, ich weiß nicht, ob ich das aushalte, ne? AHHHHH! Ey, nee! Oh, was ist das denn? Oh. Das ist chillig. Hallo. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Was ist das für eine Kacke? Ey, Viehko, danke dir. Ja, aber jetzt haben wir halt das schon gestartet und runtergeladen. Ah, ich habe noch 31 Sekunden, oder was? Ey. Ich wollte nach dem Horrorspiel runterkommen, ich bin komplett verstört gerade. Okay, bei Musik nicht bewegen. Ich will deactivate myself momentarily, as do not create an auditory disturbance. Deactivating. ... ... ... ... ... Ich bin jetzt mal. Doch dein Maul. Ich höre sie. Ich bewege mich nicht. Ich höre sie immer noch. Wie kann ich dich das machen? Wie? Wie denn Licht aus? Ich höre sie immer noch. Ich höre sie immer noch. Oh nein. Das muss ich immer verstehen. Ich höre sie immer noch. Okay, online. Ich höre sie immer noch. Ich höre sie immer noch. Ich höre sie immer noch. Oh mein Gott ey. Nein ey. Oh. Die. Oh, ich muss gar nicht brechen. Ey, Vic, danke dir für deinen Haus. Danke für deinen Haus. Danke für deinen Haus. Vielen, vielen lieben Dank. Herzchen. Ich höre sie immer noch. Ich höre sie immer noch. Warum mache ich so? Ich habe Kopfhörer. Ich habe Kopfhörer auf. Also will ich dann weniger hören. Also für die, die jetzt noch dazugekommen sind, wenn man diese Musik hört, darf man dich nicht bewegen. Ich muss schnell sein. Ich muss schnell sein. Wie soll ich denn schnell sein? Ich darf nicht laufen. Was ist denn gerade eigentlich passiert? Warum bin ich gestorben? Warum bin ich verdammt nochmal gestorben? Hört auf zu sagen, hinter mir. Hinter mir ist nichts. Es scheint, dass du einen langen Zeit genommen hast. Bitte gehen Sie so schnell und so ruhig wie möglich. Stress mich nicht. Ich muss hören, ob ich die Musik höre. Weil... Oh, da ist sie, da ist sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss kein Licht ausmachen, Leute. Das Danger Level war halt die ganze Zeit schon rot. Okay, ich achte mal mehr drauf. Okay. Hört ihr diese Musik eigentlich? Die ist sehr leise. Alter. Wie oft kommst du denn? Hör doch einfach auf jetzt. Ey. Julius, danke dir. Oh. Oh. Krass. Wie lange hat es das denn schon gehabt? Okay, 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 okay. Oh mein Gott, ey. Motion Trigger, Breaker Room. So. Jetzt sind wir wieder hier. Wenn ich... ...Riestat wache. Also es blinkt ja permanent. Das verstehe ich halt einfach nicht. Pad ablegen. Raus aus dem Pad. Wie meint ihr das? Da ist was. Monitor weg. Weg mit denen. Rechts oben. Alter, was sagt ihr? Nein. 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 Danger Level ist immer noch gleich. Es ist halt Oben rechts Danger Level Wenn die drei Striche dann tot Ja, aber egal wo ich hinklicke Es ist ja immer dasselbe Achso, dann wieder raus Okay, dann immer wieder raus Oh, das blinkt jetzt gerade schon schnell Boah Ich kann nicht rausgehen, Leute Ich kann nicht rausgehen Ey, Freezy Hast dir eine neue Windel geholt Boah Ey, ich bräuchte wirklich welche, ne? Du musst Audis abspielen, hab ich doch Okay, okay Ey, Freezy Vielen, vielen lieben Dank für die 20 Euro Very, very Krass von dir Danke dir Okay, 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 okay Raus wieder Noel, danke dir für den Sub Oh, calm down I think it was just a moat I know you're in Rebellion somewhere Oh, cool, cool How about this? Where are you? Beep 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 Oh Ich weiß es nicht mal, was ich gerade falsch gemacht habe. Ich weiß es ja nicht mal. Es ist empfohlen, dass du hoch auf dem Boden bleibst und den anderen Seite so schnell wie möglich, so dass ich Ballora nicht beschädigen werde. Ich werde mich momentan nicht beschädigen, so dass ich nicht eine schädliche Beschädigung beschädigen werde. Deactivieren. Nein, nein. Du hast zu schnell wieder aufs Pad geschaut, aber ich sehe ja nicht mal, was ich da irgendwie... Frani, danke dir für den Satz. Es scheint, dass du einen langen Zeit genommen hast. Bitte gehen Sie so schnell und so ruhig wie möglich. Okay, okay. Du bist zu lange im Pad, geh dann immer nur kurz rein. Restarte kurz rein und restarte nicht eine Komponente komplett. Aber da muss ich immer wieder von Null anfangen, oder nicht? Okay, Monitor runter und Audio abspielen. Bitte, 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 bitte. Sie kommt, sie kommt, sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Hey, du, das Spiel kannst du eigentlich nur verstehen und fühlen, wenn du auch die Story kennst. Das PS hat eine unglaublich interessante Story am besten für den Stream, wenn ich denke, irgendein Indie-Horror-Game oder eine der vorherigen Teile. Ja, okay, das ist ein bisschen blöd, das wusste ich jetzt nicht, aber wir sind jetzt auch mit drin. Ich würde jetzt auch nicht nochmal ein neues Game anfangen, deswegen... Lass mich einfach da durch! Geschafft, 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 geschafft! Okay, okay. Motion Trigger, Breaker Room. Okay. Du kannst jetzt die Interface mit der Breaker-Kontroll-Box nutzen. Die Interface kann die nebenan Elektronik verwenden. Wenn du fühlst, dass du gefährlich bist, fühlst du, dass du die Interface temporär absteckst, bis es sicher ist, dass es zu reinkommen ist. Okay, ich habe es, glaube ich, langsam gecheckt. Ah, aber, ah, es ist wieder neu. Wenn ich jetzt draufklicke, dann fängt er ab Null wieder an. Doch nicht. Ich sehe keinen Unterschied halt, das ist halt random. Oh. Oh. Danger Level rot raus. Es ist ja von Anfang an rot. Also. Ah, okay, okay, okay. Check, check, check. Jetzt ist es grün. Ich check's. Ich check's, ich check's, ich check's. Ah, nein, Alter, nein. Oh Gott, ey. Nee, ey. Nee. Oh. Nee. Boah, ich krieg das nicht. Hey, ich muss. Ich muss hier einmal raus. Das ist mir, das ist mir zu heftig. Okay. Okay. Also wirklich, das ist, da ist Pacify oder sonst was. Nichts gegen. Boah, ich bin, Alter, das ist das, das tut richtig, richtig weh. Ich bin einfach eine zu kranke Pussy dafür. Ey, ich, das ist zu heavy einfach. Das ist zu heavy für mich. Ich bin schrocken. Boah, halt. Hä? Boah, nee, Alter, ich weiß nicht, ob ich das aushalte, ne? Hör mir auch aus. You. Ich bin einfach vorne. Wenn ein paar hängen, oder? Oh Gott, ist das so mega, das so sehr gut. Oh, da ist das, was ich nicht ver suhr? Und das, was ich nicht verstehe? Wait, ich bin da raus. Wie war das? Tja, wie war das? Danke, danke, danke. Ich habe heute auch bei dir reingeschaut, zu Willi. Fuck this shit! Fuck this shit! Ich bin Jolie. Ich bin Jolie. Fuck! Ey, ich will einfach nicht mehr. Oh, Alter! Please proceed as quickly and as quietly as possible. Stress mich nicht. Ich muss hören, ob ich die Musik höre. I know you're in the room somewhere. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Ich check's. Ich check's. Ich check's. Ich check's. Ich check's. Oh! Nein! Alter, nein! Oh Gott, ey. Oh. Nee. 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 Okay.